Lassen Sie uns eine spannende Reise durch die philosophischen Labyrinthe von Michel Foucaults Gedanken unternehmen, einem Philosophen, der unser Verständnis von Macht, Wissen und menschlichem Bewusstsein radikal verändert hat. Seine Werke wie »Wahnsinn und Gesellschaft« und »Die Geburt der Klinik« lösten nicht nur heftige Debatten in akademischen Kreisen aus, sondern boten auch eine völlig neue Perspektive auf die Rolle sozialer Institutionen bei der Gestaltung unseres Weltbildes. Michel Foucault und seine Philosophie Michel Foucault war nicht nur ein Philosoph, sondern ein Historiker der Ideen, ein Archäologe des Wissens. Er bot eine Analyse, die aufzeigt, wie Machtstrukturen jeden Aspekt unseres Lebens durchdringen und unsere Wahrnehmung von Realität und uns selbst formen. Foucault behauptete, Macht produziert Wissen, Macht und Wissen bedingen einander direkt, Foucault überwachen und strafen. Foucault untersuchte, wie sich Konzepte von Wahnsinn und Normen im Laufe der Geschichte verändert haben und wie diese Veränderungen die Menschen beeinflusst haben. In seinem Werk »Wahnsinn und Gesellschaft« schrieb er, »Wahnsinn ist nicht nur eine medizinische Kategorie, sondern ein kulturelles Phänomen, das die grundlegenden Konflikte und Ängste der Gesellschaft widerspiegelt.« Psychiatrie und menschliches Bewusstsein Foucault war überzeugt, dass Psychiatrie als Werkzeug der sozialen Disziplin und Kontrolle genutzt wurde. Er betonte, dass psychiatrische Einrichtungen nicht nur der Behandlung dienen, sondern auch zur Unterdrückung von Abweichungen von der sozialen Norm. Die Geschichte der Psychiatrie ist die Geschichte von Institutionen, die behaupten zu wissen, was normal und was pathologisch ist, Foucault, die Geburt der Klinik. Foucault wies darauf hin, wie sich Behandlungsmethoden und Diagnostik verändert haben und wie dies das Selbstbewusstsein der Menschen beeinflusst hat. Psychiatrie formt unser Verständnis von uns selbst, indem sie bestimmte Verhaltensweisen normalisiert und andere ausschließt. Vergleich mit anderen philosophischen Strömungen Foucaults Philosophie hat ihre einzigartigen Aspekte, überschneidet sich aber auch mit und widerspricht anderen philosophischen Traditionen. Zum Beispiel betont der Stoizismus, vertreten durch Philosophen wie Seneca und Marcus Aurelius, die innere Autonomie und die Kontrolle der eigenen Reaktionen auf äußere Ereignisse. Die Stoiker glaubten, dass man durch Tugend und Vernunft, unabhängig von äußeren Umständen, Seelenfrieden erlangen kann. Foucault hingegen betonte, dass unser Bewusstsein und unser Verständnis von uns selbst durch äußere Macht- und Wissensstrukturen geformt werden. Macht und Wissen sind eng miteinander verbunden. Macht unterdrückt und kontrolliert nicht nur, sondern schafft auch Wissen. Dieses Wissen wiederum hilft, die Macht zu stärken und zu verbreiten. Ein Beispiel ist das medizinische Wissen, das nicht nur heilt, sondern auch definiert, was als Gesundheit und Krankheit gilt. Diskurs ist ein System von Gedanken und Aussagen, die bestimmen, was in einer bestimmten historischen Periode als wahr gilt. Diskurse prägen unser Verständnis der Welt und bestimmen, wie wir über verschiedene Dinge sprechen und denken. Panoptizismus ist ein Kontrollmodell durch ständige Überwachung, bei dem die Menschen sich selbst disziplinieren, weil sie glauben, dass sie immer beobachtet werden könnten. Diese Idee basiert auf dem Design des Panoptikons, bei dem die Gefangenen nicht wissen, ob sie in einem bestimmten Moment beobachtet werden und sich daher so verhalten, als ob sie immer beobachtet würden. Bio-Power zielt darauf ab, das Leben der Menschen auf biologischer Ebene zu verwalten und zu regulieren, einschließlich Gesundheitswesen, Fortpflanzung und Demografie. Normalisierung ist der Prozess der Festlegung von Normen, die bestimmen, was als normal oder abnormal, gesund oder pathologisch gilt. Diese Normen werden oft durch soziale Institutionen wie Schulen, Krankenhäuser und Gefängnisse durchgesetzt. Die Archäologie des Wissens ist eine Methode zur Analyse der Geschichte des Denkens und der Wissenschaft, die darauf abzielt, die verborgenen Regeln aufzudecken, die bestimmen, welches Wissen in verschiedenen Epochen als legitim angesehen wurde. Genealogie ist eine historische Untersuchung, die darauf abzielt, zu zeigen, wie verschiedene Formen von Wissen und Macht sich im Laufe der Zeit entwickelt und verändert haben. Das Subjekt wird durch soziale und politische Strukturen geformt und kontrolliert und ist keine autonome Entität. Macht breitet sich durch Netzwerke von Beziehungen aus und ist nicht etwas, das an einem Ort oder in einer Gruppe lokalisiert werden kann. Macht existiert in alltäglichen Interaktionen und Institutionen. Das Konzept des Wahnsinns und seine Behandlung haben sich je nach sozialem und kulturellem Kontext verändert. Foucault zeigt, wie sich die Methoden im Umgang mit psychisch Kranken von mittelalterlichen Folterungen bis hin zu modernen psychiatrischen Krankenhäusern entwickelt haben. Die Medikalisierung der Gesellschaft ist der Prozess, durch den medizinisches Wissen und Praktiken in verschiedene Lebensbereiche eindringen und diese normalisieren und kontrollieren. Dies umfasst die Umwandlung sozialer Probleme in medizinische Fragen. Institutionen wie Gefängnisse, Krankenhäuser und Schulen spielen eine entscheidende Rolle bei der Formung und Kontrolle von Individuen. Diese Institutionen schaffen Normen und Standards, denen die Menschen entsprechen müssen. Verschiedene Epochen und Gesellschaften haben ihre eigenen Kriterien dafür, was als Wahrheit gilt. Diese Kriterien werden durch Macht und kulturelle Normen bestimmt. Sexualität ist ein Feld für die Manifestation von Macht und Kontrolle und nicht nur ein biologischer oder persönlicher Aspekt. Macht nutzt Sexualität, um Verhalten zu regulieren und zu normalisieren. Die Methoden der Bestrafung haben sich von körperlichen Strafen zu subtileren Formen der Kontrolle gewandelt, wie Überwachung und Normalisierung. Moderne Methoden konzentrieren sich auf Korrektur und Rehabilitation. Macht manifestiert sich nicht nur auf Makroebene, Staat, Gesetze, sondern auch auf Mikroebene, Familie, Schule, Beziehungen. Macht existiert in alltäglichen Interaktionen. Macht ruft immer Widerstand hervor. Und dieser Widerstand ist Teil der Dynamik der Macht. Selbst unter Unterdrückung gibt es immer eine Möglichkeit für Widerstand. Die Idee antiker Philosophen über die Notwendigkeit der Selbstfürsorge als Form des Widerstands gegen Macht und als Praxis der Freiheit. Dies umfasst Selbstkenntnis und Selbstdisziplin. Praktiken der Selbstdisziplin und Selbstkontrolle, die Foucault im Kontext der antiken Philosophie untersucht. Diese Praktiken umfassen die Kontrolle von Wünschen, Emotionen und Gedanken. Die Bedeutung der Bildung ethischer Beziehungen zu sich selbst und anderen als Mittel des Widerstands gegen Macht. Ethisches Verhalten wird als Akt der Freiheit und Autonomie angesehen. Untersuchung, wie verschiedene historische Epochen den Körper der Menschen durch Medizin, Diät, Sport und andere Praktiken verwalteten. Diese Regime beeinflussen, wie wir unsere Körper wahrnehmen und behandeln. Der Prozess, durch den Individuen zu Objekten des Wissens und der Kontrolle werden. Dies umfasst die Erstellung persönlicher Dossiers, medizinischer Aufzeichnungen und anderer Methoden zur Verfolgung und Verwaltung individueller Leben. Die Beziehungen zwischen Vernunft und Wahnsinn sind nicht nur medizinische, sondern auch soziale und kulturelle Konstruktionen. Foucault untersucht, wie sich die Konzepte und Ansätze zur Behandlung des Wahnsinns verändert haben. Die Bedeutung der Analyse alltäglicher Praktiken und ihrer Rolle bei der Bildung sozialer Normen. Soziale Praktiken umfassen Rituale, Bräuche und tägliche Handlungen, die soziale Strukturen formen und aufrechterhalten. Untersuchung, wie historische Diskurse unser Verständnis der Gegenwart prägen und wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst. Diskurse bestimmen, welche Ideen und Praktiken in der Gesellschaft dominant werden. Wege, auf denen sich Disziplin in der Gesellschaft durch verschiedene Institutionen und Praktiken verbreitet. Disziplin umfasst die Kontrolle und das Management des Verhaltens der Menschen. Kritik an der Vorstellung, dass Macht nur unterdrückt. Sie produziert auch neue Formen des Wissens und der Subjektivität. Macht beschränkt nicht nur, sondern schafft auch neue Möglichkeiten und Verhaltensformen. Die Bedeutung des Verständnisses von Formen des Widerstands gegen Macht für die Analyse sozialer Veränderungen. Widerstand kann verschiedene Formen annehmen, von individuellen Ungehorsamsackten bis hin zu Massenbewegungen. Eine Gesellschaft, in der Disziplin und Überwachung die Hauptmittel der Kontrolle und Normalisierung sind. Die Menschen akzeptieren intern die von der Macht festgelegten Normen und Standards. Untersuchung, wie sich Politik und Gesundheit überschneiden und Konzepte von Norm und Pathologie prägen. Regierungs- und Sozialpolitik spielen eine entscheidende Rolle bei der Definition dessen, was als gesund gilt.